Adventsgeschichten von Ursel Schäffler Erzähler, YouTube-Glockengießer Eische und der Weihnachtsmann Eische wohnt am Ende der Straße in einem Haus mit den grün gestrichenen Fensterläden. Der Postbote kannte Eische schon seit einiger Zeit. Sie kam meist aus der Schule heim, wenn er in der Brückenstraße gegen Mittag die letzte Post austrug. Zweimal hat er schon einen Brief für sie gebracht. Der war von ihren Großeltern aus der Türkei gewesen. Eische hat sich riesig gefreut. Das war im Sommer. Jetzt war es kalt geworden, Eische froh oft. In ihrer Heimat war es viel wärmer. Sie musste sich an vieles gewöhnen, was ihr anders war. Die Menschen benahmen sich anders, hatten andere Sitten und Bräuche als in dem kleinen türkischen Dorf, aus dem sie stammte. Dort kannte sie jeden. Aber hier in der großen fremden Stadt wusste sich nicht mal, wie die Leute im Haus gegenüber hießen. Sie hatten es immer eilig und liefen meist gruslos vorbei. Der Postbote war eine Ausnahme. Er war immer nett und freundlich. Vielleicht habe ich bald ein Weihnachtspäckchen für dich, sagte der Postbote im Dezember, als er sein Fahrrad im Schnee ein Stück neben ihr herschob. Das wäre schön, sagte Eische. Ich habe noch nie ein Weihnachtspäckchen bekommen. Heute ist leider wieder nichts für dich dabei. Ich werde mal mit dem Nikolaus reden, versprach der Postbote am nächsten Tag. Aber auch am Nikolaustag war kein Brief für Eische im Postsack. Das verstehe ich nicht, sagte der Postbote, wo doch der alte Herr sogar aus der Türkei stammt. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist der heilige Nikolaus in Myrna, in der Türkei geboren. Das habe ich gar nicht gewusst, sagte Eische. Sie freute sich jedes Mal, wenn sie den Mann mit der blauen Mütze traf. Denn wenn er auch kein Päckchen für sie brachte, so unterhielt sie sich gern mit ihm. Heute habe ich viel zu schleppen. Ich muss nämlich dem Weihnachtsmann helfen, sagte der Postbote. Im Dezember werden alle Postboten als Hilfsweihnachtsmänner eingesetzt. Es war schon Mitte Dezember und die Packtaschen an seinem Fahrrad waren vollgepackt bis oben hin. Der Weihnachtsmann. Wie ist es eigentlich mit dem Weihnachtsmann? Hast du schon einen echten gesehen? Wie sieht er wirklich aus? fragte Eische. Was? Das weißt du nicht. Das weiß doch jedes Kind. Er hat einen weißen Bart, ungefähr so wie ich, und trägt als Dienstkleidung einen roten Mantel. In unserer Familie wird Weihnachten nicht gefeiert, sagte Eische. Siehst du, und das habe ich nicht gewusst, sagte der Postbote. Weihnachten ist ein christliches Fest und wir sind Moslems, erklärte Eische. Ah, tja, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum kein Weihnachtspäckchen für dich kommt, sagte der Postbote nachdenklich. Aber kannst du nicht trotzdem dem Weihnachtsmann Bescheid sagen, dass ich jetzt hier wohne und dass er mich nicht vergessen soll? fragte Eische. Zu meinen deutschen Freundinnen kommt er ja schließlich auch. Nun, er ist ein vielbeschäftigter Mann und hat alle Hände voll zu tun mit den Wunschzetteln, die er schon hat, sagte der Postbote. Auf dem Heimweg blieb der Postbote erst vor dem Laden mit den Süßigkeiten stehen, dann vor dem Spielwarengeschäft. Er wüsste schon, was man der kleinen Eische schenken könnte. Dann rechnete er. Wenn er sich bis Heiligabend keine Zigaretten kaufen würde, sondern... Als er am nächsten Tag vor Eisches Haus vorbeikam, rief er zu ihr, »Schönen Gruß vom Weihnachtsmann. Er hat sich deine Adresse aufgeschrieben.« »Wirklich?« rief Eische zurück. »Vielen Dank.« Und am nächsten Tag schenkte sie dem Postboten ein Bild, worauf sie den Weihnachtsmann gemalt hatte, so wie sie sich ihn vorstellte. Es sah tatsächlich ein bisschen wie der Postbote aus. »Eische, du bist verrückt,« sagte ihr Bruder am nächsten Tag. »Es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Man muss sich alles selbst kaufen. Man kriegt nichts geschenkt.« Da war Eische sehr traurig. Ob der nette Postbote sie angelogen hatte? Dann kam der 24. Dezember. Die letzten Briefe, Pakete und Päckchen wurden im Postamt an die Zusteller verteilt. Für Eische war nichts dabei. Da radelte der Postbote an seiner Wohnung vorbei und holte das Paket, das er vorbereitet hatte. Er klingelte zweimal an Eisches Wohnung und rief durchs Treppenhaus, »Weihnachtspost für Eische!« »Für mich?«, fragte Eische erstaunt und drückte das Paket an sich. »Vielen Dank! Danke! Direkt vom Weihnachtsmann! Mit ganz lieben Grüßen!«, sprach der Postbote, und dann setzte er sich schnell wieder auf sein Fahrrad und radelte weiter. Es war noch viel zu tun. Als er nach den Weihnachtsfeiertagen wieder bei ihrem Haus vorbeikam, stand sie schon draußen vor der Türe und wartete auf ihn. »Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe dem Weihnachtsmann einen Brief geschrieben und weiß seine Adresse nicht.« »Ach, das ist nicht schlimm. Gib mir den Brief nur mit,« sagte der Postbote, »ich will schon dafür sorgen, dass er an die richtige Adresse kommt.« »Das ist schließlich mein Beruf.« »Ich hab in den Brief.« »Ich habe in den Brief.« Untertitelung des ZDF, 2020